Hallöchen Schluppis! Willkommen zurück zu meinem Kanal! In Amerika gibt es gerade ein Challenge an die Schleim ohne Schlüssel Challenge Einen Schleim einfach mit nichts, nur mit meinen Händen auf den Fußboden zu machen Wenn ihr das auch so cool findet, dann gebt mir einen schlagigen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal Ihr müsst hier auf diesen Abonnenten-Button drücken und dann gehörst du so auch du zur Rainbow Unicorn Family Äh, ich hoffe nur, dass die Fliesen sich nicht unfam, aber wir werden es auf jeden Fall sehen Und dann würde ich sagen, ja, let's go, ne? Ich habe jetzt hier den Elmer School Clue, den habe ich mir bestellt im Internet bei Amazon Und der ist richtig geil, ihr könnt natürlich auch andere Kleber nehmen Aber ich kippe da jetzt einfach mal was hier auf den Fliesen Als nächstes brauchen wir Rasierschaum, aber ich habe mich hier für Belou entschieden Das ist Verdu-Schaum, aber geht trotzdem Und jetzt machen wir noch eine Fliesen-Nahtron oben drauf So Äh, ja, und jetzt müssen wir das Ganze einfach aufholen Oh Leute, oh, wie sich das anfühlt Aber es fühlt sich schon voll ii, das ist gerade drin Oh mein Gott, könnt ihr euch vorstellen, wie sich das anfühlt? Das ist so geil, das ist so richtig Schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ihr das auch so mag Wenn ihr irgendwas so an den Händen klebt Oder ob du das eher ekelhaft findest Das würde mich mal probieren Jetzt mache ich ein bisschen Farbe rein Ich habe euch für Grön entschieden So, jetzt müssen wir jetzt ganz schön mal holen Hey Leute, ihr müsst das unbedingt mal machen, wie geil ist das denn, ey? Jetzt brauchen wir Kontaktlinsen, Lösungsmittel Ihr könnt natürlich auch Waschmittel nehmen Aber das möchte ich ungern auf meinen Fliesenboden kippen, weil ich Angst habe, dass es irgendwie abfährt Und dafür geben wir jetzt so gute Prise hier rein Wir müssen das Ganze umrühren Oh mein Gott, das wird schon Schleim Geil Boah Guckt mal, wenn ich das anfühle Ey, das ist viel geiler auf den Fliesenboden, als wenn ihr das auf den Tisch macht oder in der Schüssel oder so Das kann ja jeder Wie so Skateboard fahren Wui Boah, ey, das ist so schön Boah Oh mein Gott Wuuu Da könnt ihr den ganzen Schleim ja so neben Wuh Kennt ihr diese Fliegenlaschen aus Gummi? Da kann man auch so die Dinger an den Pizzascheiben werfen Das ist so geil Wui 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 Jetzt können wir schon den beiden Händen nehmen und ein bisschen knetschen Bäh Wui 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 Das Gute ist, der Boden ist jetzt endlich sauber. Boah. Gib diesem Video einen dicken, fetten, schleimigen Daumen nach oben, wenn du Bock hast, dass ich hier auf meinem Fußboden den größten Schleim ever mache, den man sich vorstellen kann. Huh. Nein. Guckt euch gerne meine anderen Videos an, die verlinke ich euch jetzt gleich hier. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss. Boah, ist das geil. Ey, soll ich mal Fußschleim machen? Wow. Woooah. 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 Wooooah.